ja hallo zusammen heute ist mal wieder zeit für ein klartext video und weil ich jetzt den netten green screen habe ist hier die möglichkeit ein wenig schöner das ganze darzustellen heute in meinem klartext video ist es recht simpel es geht um den aktuellen patch beziehungsweise um das derzeitige matchmaking ich finde es gut mit patch 9 19 1 wird das matchmaking etwas wieder besser angepasst das heißt artis können wieder in zügen spielen wo ich mich sehr darüber freue das ist eine sehr gute neuigkeit weil gerade artis spieler da auszugrenzen sagen hey du spielst die klasse die es nicht erwünscht und du bist damit raus fand ich quatsch das finde ich gut dass artis wieder am start sind dann finde ich auch gut was sie mit 9 19 1 vorhaben dass endlich die anpassung so machen dass der jagdpanz auf der einen seite der jagdpanz auf der anderen seite das auch wirklich wenige wie eine spiegelung in den matchmaker ist das ist sehr sinnvoll und auch notwendig was ich allerdings gar nicht gut finde ist aktuell der trend dass man irgendwie gefühlt zum solospielen gezwungen ist weil ich weiß nicht wem es von euch auch aufgefallen ist aber ab tier 8 oder um tier 8 zum beispiel das ist meine lieblingstierstufe da ist es so wenn man irgendwie in dem zug spielt ist man immer der auffüller für neuner zehner gefecht man kommt immer in dieses 357 rein wo immer drei zehner gibt fünf neuner und sieben achter ist immer so man ist nicht mit irgendwie zumindest mit dem dreierzug definitiv man ist da nicht ausnahmsweise mal die drei zehner oder mal zu den neunern gehören wenn das mal vorkommt dann ist das gefühlt schon ein fehler im system sondern man ist immer der arsch der unten steht immer und das ist natürlich undankbar man will jetzt nicht nur immer alleine spielen müssen um auch mal in den hohen tiers zu sein sondern man will auch mal mit seinen freunden zocken können um auch mal oben dabei zu sein und das ist klar für mich so ein gerade so ein fehler im system wargaming ist es auch bekannt auch die kontributoren haben das schon alle geschrieben und auch in unserem wir haben so ein discord kanal wo wir uns austauschen mit paris auch da haben wir das schon mitgeteilt und leider kann man dabei nicht sagen wie weit es natürlich weitergetragen wird am ende des tages ist russland russland und am ende des tages macht russland die regeln wargaming paris ist der mittelsmann die geben zwar weiter das feedback das machen sie auch wirklich aber ob das was bringt ist die frage und das ist so die hoffnung dass das irgendwo ankommt weil ich kenne keinen der sagt ja finde ich super lasst uns gerade mal achter zug fahren dann habe ich so richtig bock drauf auf den arsch zu bekommen das ist einfach schade das spiel ist nach wie vor ein mmo ein multiplayer spiel und da kann man nicht gezwungen sein dass man dann um eine chancengleichheit darzustellen dass man alleine spielt und das ist der fehler und ich hoffe inständig darum dass das irgendwann jetzt in bälde behoben wird weil es ist schön dass da immer der matchmaker immer jetzt besser angepasst wird und ich finde auch er geht in die richtige richtung aber ich darf ein multiplayer spiel nicht dahin entwickeln das ist alleine spiel zumindest im random gefechten das ist so ganz klar meine meinung dazu dann zum anderen gibt es auch noch einen kleinen klartext zusatz zu den rank battles die sind ja jetzt endlich da und ich hatte damals ja meinen klartext video gemacht bevor es die gab jetzt kann ich so mal ein bisschen ergänzen ich habe das ganze eine stunde oder zwei gespielt und habe danach den thema oder den das thema rank battles für mich ad acta gelegt warum ist recht simpel ich habe ein problem damit mit a der spielweise in den rank battles und b der munitionswahl um es noch nett zu sagen denn problemmatik ist bei den rank battles ich finde die grundauslegung oder der grundgedanke von gewertem gefecht nach wie vor super und ich finde das wäre ein modus der dem spiel echt gut tut aber das problem ist halt wie das ganze umgesetzt worden ist und das ist das thema die besten drei verlierer dass die auch immer noch einen streifen bekommen nötigt gefühlt manche nur passiv zu spielen weil sie schon wissen auch was weiß ich die runde schon verloren das wird nichts mehr ich stelle mich hinter warte und lasse einfach mal alle machen kommt was ihr vor opfert euch ich mache hinten den damage und krieg halt meine xp und das ist das traurige das darf nicht man darf nicht in den in den rank battles sozusagen dazu genötigt werden dass wenn ich verlier es halt dann noch gut verlieren und gut verlieren heißt einfach in der regel immer damage machen und dann ist sozusagen sobald man irgendwo absehen könnte oder eigentlich passiert ja schon viel früher dass man dann das game weg wirft und das ist für mich das größte problem also entweder man erweitert es auf fünf oder noch mehr spieler oder man lässt diese scheiße einfach gleich ganz weg dass die verlieren auch noch was bekommen und gibt es nur den gewinnern und dann kriegt man vielleicht wieder eine dynamik in die dementsprechend passt wobei dann ist man eine bei 50 prozent siegrade alles nicht so fein und dann kommt noch das thema premium munition das liebste thema aller world of tanks spieler premium munition premium munition per se habe ich null probleme es gibt immer wieder situationen wo es natürlich entspannt ist sagen wir mal entspannt jetzt ist aber dann das thema wenn ich jetzt eh schon ein gefecht habe wo nur 10er drin sind da sollte für mich der skill gerade bei einem gewerteten gefecht sollte für mich der skill höher stehen das heißt ein medium soll auch mal flankieren um damage zu machen oder ein leid heavies und jagdpanzer sollen dementsprechend zielen um schaden zu machen und sonstiges aber gefühlt ist es gerade so nimm eine maus lade premium gewinnt das gefecht und das ist so wo ich mir denke so what the fuck das soll das gewertete gefecht sein das soll so sein wie es sein soll nee das passt für mich nicht und ich hoffe auch da es ist ja noch eine beta aktuell dass an der gewerteten gefecht noch ein bisschen geschraubt wird weil wie gesagt wie das team spielt passt nicht die premium munition passt nicht und es ist einfach für mich der schlechtere modus als normales random gebobbe und das ist irgendwo traurig normalerweise soll es andersrum sein ja das war es dann auch für mein klartext wie die heute die zwei themen haben mich gerade beschäftigt und ich will das eine oder andere mal jetzt mehr sowas machen ich hoffe es hat euch auch gefallen wenn ja lasten daumen da abonniert den kanal falls noch nicht geschehen und ansonsten danke für eure aufmerksamkeit bis zum nächsten mal